Liebe Freunde, kommt nicht auf die Idee, euch unter eine Palme zu setzen oder einfach nur spaßhalber an einen dieser wunderschönen Blättern zu ziehen. Denn diese Blätter sind nicht nur Blätter, sondern sie sind auch richtige Zweige oder Äste. Ich zeige jetzt hier mal nach oben. Und die sind in einer Höhe von ungefähr vier bis fünf Metern angebracht. Und wenn man daran ziehen sollte, dann passiert nämlich folgendes. Diese Blätter kommen runter und das sieht dann ungefähr so aus. Die haben ein Gewicht von gefühlt zehn Kilo und können einen ziemlichen Schaden anrichten. Und mich hat es also knapp getroffen. Das sieht dann also wie folgt aus. Man hat diesen Stuhl, den hat es also erwischt, richtig zerbröselt, zerbrochen. Das müsst ihr mal eurer Versicherung erklären, wenn ihr sagt, ja, ich habe mal so aus Langeweile an einer Palme gezogen. Dabei ist mir ein Missgeschick passiert. Das sind so die Luxusprobleme, die man hier am Strand hat. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.